Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Kehr zu Corporal Kaleb zurück, anzunehmen bei Kvasek im nördlichen Schlingwandontal an dieser Stelle. Vor Quest war Minion Operation der Venture Company. Ich werde dahin fliegen. Den Weg aber den ich fliege, könnt ihr auch laufen ohne Flugmount. Einfach hier entlang, hier durchs Wasser schwimmen, dann kann man hier nach oben laufen und dann solltet ihr schon auf dem Weg sein. Ohne Mobs, Gegner, wie auch immer. Einfach diesem Weg folgen und dann links abbiegen. Solltet ihr die Quest jetzt nicht abgeben können, kann es sein, dass ihr eventuell das Quest Item zerstört habt. Dann Quest Abbrechen und Neu annehmen, müsste funktionieren. Oder das Quest Item liegt auf der Bank, das kann natürlich auch sein. Quest ist abzugeben bei Corporal Kaleb im nördlichen Schlingwandontal an dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnier Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt's den Link zu meinem Twitch Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.